Herzlich Willkommen auf unserem Kanal Reisefreiheit. Wie ihr seht sind wir immer noch unterwegs in Tramontana Gebirge. Und wir fahren gerade auf einen Stausee zu, der den Namen Cube trägt. Ich weiss gar nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Jedenfalls wird es C-U-B-E geschrieben. Das ist einer der Stauseen, der die Wasserversorgung für Mallorca garantiert. Und es geht weiter zum zweiten Stausee, Gork Blau. Die Blümel, wisst ihr die auch? Siehst du das, oder? Oder Losmischen Rauch? Das heißt eher Losmischen Rauch. Das ist auch nicht cool. Es ist eine wirklich wunderschöne Landschaft. Damit haben wir nicht gerechnet, dass wir sowas Schönes sehen an dem Tag. Das ist Balsam für die Seele. Und wir waren allein und niemand anders war da zu sehen, bis auf die Schafe. Und weiter geht's. Als wir eben da unten standen, war mir gar nicht bewusst, wie groß dieser Stausee ist. Das merkt man jetzt erst, wenn man mit dem Auto da dran vorbeifährt. Tolles Blau. So, wir kommen wieder zum Ende. Ich hoffe es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich sage bis dahin, eure Isen und Nen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.